Hey, ich bin Tim und da ist Nina und heute sind wir bei Panama City und dem Panama Kanal. Wo kann man nach über 300 Tagen Weltreise besser Silvester feiern als in Panama City? Der Panama Kanal verbindet den Pazifischen Ozean mit dem Atlantischen Ozean. Dadurch müssen die Containerschiffe nicht mehr über den südlichsten Zipfel von Argentinien fahren. Im Regenwald sahen wir Faultiere und einen Ameisenbären. Die Altstadt von Panama City bestand aus bunten Kolonialhäusern. Weiter geht's nach Costa Rica.